Das T-Bar Rudern. Das T-Bar Rudern, auch hier immer wieder zu sehen, zu schnell, zu unkontrolliert, mit Umkehrschwung und vor allem zu kurze Bewegungen. Gleichmäßige Bewegungen, kontrollierte Bewegungen und über den gesamten Bewegungsablauf. Beim Ablassen und kurz Anhalten in den konzentrischen Bewegungsablauf gleichmäßig ausatmen, oben kurz anhalten und den Rücken immer schön unter Spannung halten, kein Rundrücken.